Achso... So, jetzt... Jaaaa! Aber das brauchen wir ja nicht so oft. Ne, ne, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Vielleicht, wenn wir so Diamanten haben, nur noch ein Leben. Ja, okay, stimmt. Ja... Creepy, creepy, creepy... Ich will... Ach, komm, scheiß drauf. Ich kann die Sprinten, yeah! Voll geil! Ne... Mannschaft braucht bei mir 15 Prozent. Von? Von Memory. Ich hatte nicht hier fest. Okay. Wenn du mal anschaust, ne, so... So, rechts mit F3. Ja. Für mich ist das... Was, wieviel? Für mich ist es gerade auf 17 gestiegen. 18... Aber es ist etwas anderes. Aber es ist etwas anderes. Was, wieviel? Ja, das ist zugelassen, glaub ich. Ja, ja, kann schon sein. Wissen du jetzt? Immer noch auf dem Rückweg. Alter, was bist du hier? Ah, ich hab noch zwei Schweine. Oh, jetzt noch Pilzen. Ach, komm, ich mach mir jetzt nicht... Oh! Ach! Na, es ist immer noch so funny. Oh, jetzt hab ich hier. Ah, aberia... Ah, und wo? Ah, aus davon hab ich hier nie sieht, okay. Da hab ich hier... was, was ich denn gehen Sie haben uns nicht Palestine gehört. Ah, ja, das schläft, ich wusste mal, ein Block, das ist tatsächlich wie man Menschen wie das ist. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht bewusst. für Blumen er hat es mal mitnehmen und es ist immer noch gut wenn man so das kann man immer in sich gebrauchen zu sehen ja auch vor allem Römer Römer fällen er hat es müssen sich auch in Kuhl-Käppich die Zukunft schafft könnte auch noch an ein bisschen Scheren machen nicht wissen das Volk ein war in der Alpha 1 5 dann kommt es ja einfach auf die Scharfe rechts du meinst Beta 1 5 oder Beta nee 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 du musst sie schlagen du musst sie schon schlagen nee doch einfach aber nein du musst sie nicht schlagen aber irgendwie bekommst du einfach Wolle ohne Schere oder so etwas ne ich weiß lol warum geht Y wieder auf Plus bei mir hä? nein Z muss ich doch nicht orientieren scheiße ich bin die ganze Zeit falsch gelaufen Z? nee ja Z und Dickson Scheiße ich so habe ich mich bei Y orientiert mich Jakob du bist dumm oh mein Gott das hat sich schon nicht laufen wie die falsche Richtung hast du nicht gemerkt dass sich Z nicht verändert? ne du meinst Y ja wenn ich hoch und runter gehen verändern sie sehen ja aber nur wenig oder ja ah scheiße ist doch nur logisch ja eigentlich schon ja Jakob ist so blöd das ist halt wenn man keine Waypoint zu besuchen benutzen kann ich finde es das ist ein bisschen lustig Problem ist ein Mann kann sich verlaufen nicht so schlimm so wie ich Jakob hat einfach kein guter orientiert ja das auch schweig 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 und bringt Fleisch einfach kein Fleisch getrunken so wie es zu dem Schweig alles ist halt gleich aber ich hatte vorher noch um 2 bekommt 2p Robby war ich hier unser Haus das ist Betten so zu kurz vor unserem Haus noch drüber boom ich tut Schatz ganz wieder hinlaufen ja okay das stimmt so hat sich das heißt es braucht drei nicht ja ich bin auf dem Weg ich glaube ich habe heute Jakob Menschen ich habe ihn sich gerade geglaubt hey ich hatte ich jemals seitdem sie noch pflanzen okay halte ich habe eine für sich seitdem ich habe 16 und ich habe vorhin früher haben sie Prozent vielmehr seitdem so gut ja das ist so sie haben Probaus sich hier so getraut als Stake ein Neumann ich glaube man sie muss dran ins Sonne hier ist Maximum M Maximum hier ist es ist es nicht Minum 4 ich bin ich ja klar hat mich das für mich gerade so viele gibt es gibt es auch nicht aber wir sollten vielleicht in sie es ist es so langweilig und der Musik im Hintergrund na es geht ja nicht nur um die Musik aber ganz schön und machen und jetzt ist es gut aus das und du kommst schon muss ich kommen oder sieht das gut aus Jakob kann man das zu lassen na ich kann es doch wollen und hier hat es jetzt zwar sie tut Kuhn ich sehe Kohle bei der Namen Kohle bei der Lava ich krieg's hier ist jetzt auch gleich mal ein bisschen da war mit kann ich nicht so gut ich habe keine Ahnung es hat nichts das Haus das Haus schaffe ich 3 wo es reicht gehen da aus wie ich es noch nach Hause in der vor Ort Kastor so ein Koppelstum das mit dem mitbringen eine Erwaltung von Betracht 5 ich war noch in der Hülle und habe ja auch noch 6 super gemacht das kann ich gleich ah super ich bin so clever was ich hatte den Ofen fast fertig abgebaut aber ne ich muss natürlich dann aufeinander der Blockwechsel mich in Bekanien 24 noch schnell gemacht haben was ich machen will und ich denke wir gegen sie müssen ja wir machen und ich habe sogar noch eine jetzt ist gut das was du hast es gemacht sieht es nicht gut aus doch fragte mich nur wie du es gemacht hast so hast du einen Ofen gemacht nein was hast du dann gemacht und ja ich hoffe es in den Ofen gelegt ach so so ab jetzt ja das war das falsche ich komme gehen wir nachher in der Höhle ja ok aber ich denke ich mache jetzt mal die Playlist dann ist mir scheißegal wenn es unpassend zu der um Version ist ich will jetzt einfach ein bisschen was weil es sonst langsam langweilig wäre so ich nehme es einfach die von Jumpin Trump Jumpin Drone solange sie mich nicht die Betriebs gut ne das macht sie nicht über das muss der aber gar keine Sorgen machen scheiß aber da muss ich die von dem Ingame abstellen ok auf das nächste Mal suchen wir noch bessere Musik denke ich ne oder Jakob ja auch das ist die Kiste hier sechs heißen für was diese Punkte nie nehmen wir nicht was eigentlich das Holzchen getan so warte hier ist Holz und Werkzeug Stein und Sand Stein, Sand, Stein Stein, Stein muss er finden also hier Werte Erden, Natur, 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 Natur äh Wertvolles äh Scheiße ich hab falsch erwartet was machst du ach ich hab's selber nicht mehr merkt warte Wertvolles ist auch cooler oder naja ich denke ähm was ist alles rechts hin rechts hin hin mhm Fackel auch bei Werkzeugen mhm wo Glas äh Jakob ich denke wir machen hier dann noch die Leiter weg und machen hier ne Treppe hin hä Glas zu Sand ja oder zur Natur äh äh essen was äh äh Wertvolles heißen äh hopp ah überhaupt ich denke weißt du was ich eigentlich sonst noch denke ja äh äh man warte kann ich mal was testen und was wenn ich fragen darf das Lager ein bisschen umstrukturieren und wer was warte also ist nur nur ja jetzt ist passiert was 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 also oh bist du jetzt gestorben ne bin ich nicht ok wir brauchen Trink zuerst nicht denke wir gehen zuerst mal ein bisschen auf Schweinejagden das Zeug ja und wir haben ja noch äh weizen hey 3 nein ist nicht gut Zuckerrohr kann man auch vor allem noch äh äh ja was bringt das zu essen ja ich weiß eigentlich nicht viel das ist eigentlich mein Schwert das ist in der Kiste wer unten links ja ich weiß ich habe jetzt auch den Schriftmann kurz reingemacht weil ich was schau mal was machst du warte hast du eine Schaufel ja habe ich wieso ey kannst du hier hinten hm ok warte oben aber auch noch mehr bitte boah chö boah 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 alter hör auf damit bitte auf dem Boden ja gerne vielleicht weißt du was ich jetzt hier ja und dann hast du hier okay wollen wir noch nein geht ein zweiter geht nicht über die treppe ja okay warte aber hier ist sowieso und sind es ist gut die Mitte nach holz es muss sehen ja weg hier nicht so ja das war heute auch hier war n und hier nicht kommst du ab hier das ist hier passt warte ich habe ich kann habe ich gerade noch sieben ich habe noch ich will ihn ja dann hier auch noch aber so können wir na ja ich weiß dass wir kisten machen scheiße also es geht einfach und weißt du was es geht mir auf den sack hast du eigentlich noch eisen 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 eis eis naja 6 habe ich dann leg es mal noch in die kiste da geht es mein bullshit hier auch mal rein habe ich war auch schon es ist das einzige was ich jetzt habe scheiße was man die waren hier das geht doch in ordnung eigentlich sind wir hier mit alter das geht doch gar nicht klar hier man mit den üben findest du oder kommt hier dann noch ein raum oder so ja ich denke auch aber hier oben ich gehe mal künstler hast du künstler ach das hier hast du jetzt eine ganze